Hallo meine lieben Schneebier und herzlich willkommen zu dieser kleinen, feinen Ankündigung eines Streams. Und zwar bevor wir den ganzen Februar wieder gar keine Zeit mehr haben, uns zu viert zusammenzusetzen, folgt jetzt die gesamte Stream-Power in einer Woche. Erster Stream ist morgen, also Montag ab 19 Uhr und Open End, weil ich noch Urlaub habe und Lukas auch und der Rest frei oder so ähnlich. Auf jeden Fall sehen wir uns morgen, 19 Uhr und da machen wir wahrscheinlich die Sümpfe unsicher in Baldur's Gate 3 und gehen auf Vetteljagd und machen eventuell seltsame Experimente mit Asterion. Seid gespannt, ich freue mich auf euch, bis dann.